Warte mal, danke mal. Wir werden die Arbeit nicht verschieben. Ist das heute? Schmisch. Keiner zuhört, er hat sich in acht Stunden nicht zugearbeitet. Guck mal, sei ich nicht klar? Ja, nur seid da. Nee, Freilich. Ich glaube schon. Jetzt fangt einer kollektiver Zuweinung. Mach mal Husten mal vor. Mach mal Husten mal vor. Hat ja mal einen Husten-Bankon. Hallo, meine Frau.